bin gerade recht zufrieden verbündeten werden angegriffen ja es läuft wir haben kein armes gebäude und ja gerade aus wachs könnte man sehr gut dekorationen machen also kerzen da guckt dekorat der besenmacher hatten banner der hat noch keins so unsere book ist auf max ausgebaut und sie dadurch sehr elegant aus auch der fischer hat bald kein fisch mehr aber wir haben noch mehr als genug fische äh wieso fisch räuchere genau die nahrungsmacher streiken weil sie keine nahrung haben ein karren wurde ausgesandt verkaufen wir mal etwas fisch werden wir auch die letzten beiden banner erwarten und ja die sache ist auch die die banner macher die müssen die banner auch selber anbringen deswegen bräuchte man drei ja eure hohl gewohne hoch wohlgeborene majestät wünscht der welt von eurem erfolg kunst zu tun und sie angemessen zu belohnen gegeben um heutigen erheben wir euch daher kraft der uns zur geburt stehenden privilegien zum herzog mit allen diesen titeln gehörigen rechten und pflichten ihr seid eine quelle der inspiration für unser gesamtes reich mit besten wünschen euer könig das bin immer noch ich befördern wir euch zum herzog habt dank dafür wir diesen titel zu gewähren der katapult karren ist bereit zu einem katapult aufgebaut zu werden um das katapult zu benutzen müssen wir es aufbauen und ihm ein bataillon soldaten zuweisen so höchster titel in diesem land herzog erreicht so fahrt so unsere katapult karren sind unterwegs machen wir auch gleich mal zwei steinkarren können wir nämlich 15 sabbats typisch ist eine nach der anderen einreißen lutsch wieder ein stück mauer weg schon unter dem x Das ist übrigens toll, Munitionskarren werden nicht in der Militärauswahl gezählt, sondern nur Katapulte. Äh, du? Mal da hin. Jawohl! Alles klar. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Halt die Augen offen! Beschützt dies! So, dann können wir die beiden aufbauen. Das Katapult ist aufgebaut und die Soldaten sind bereit es einzusetzen. Ihr seid jetzt gut darauf vorbereitet, den Belagerern entgegen zu treten. Setzt euer Katapult ein, um ihre Trebuchets zu vernichten. Ihr habt es geschafft. Eines der Trebuchets wurde vernichtet. Das wird die Angriffe von Crimson Sabbat ein wenig verlangsamen. Greift die Stadt an! Lasst keinen Stein auf dem anderen! Wenn es euch gelingt, die übrigen Trebuchets zu vernichten, ist die Belagerung beendet. So, die sind zerstört. Das heißt, wir können die Karren wieder zu Karren machen. Und wir können mehr Truppen ausheben vielleicht. Ei! Auf euren Befehl! Ihr übrige Trebuchets zerstören. So, der Rambock ist da, um das Tor aufzurammen. Wir machen jetzt die Trebuchets hier platt. Stimmt los! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Es gibt kein Zurück! Meine wunderbaren Trebuchets werden eure erbärmlichen Hütten zu Staub zermalmen. Wir haben gehört, dass eure Siedler von der Seuche eingesucht werden. Bitte kommt zu unserem Kloster. Wir haben Medizin, mit der ihr die Kranken heilen könnt. Das Katapult hat nur eine begrenzte Anzahl Munition. Wir sollten mindestens einen Munitionskarren im Lagerhaus kaufen, bevor wir uns dem Ziel nähern. Munitionskarren stocken die Munition des Katapults auf, wenn sie sich in seiner Nähe befinden. Bewegt einen Munitionskarren in die Nähe des Katapults, um es nachzufüllen. Wartet, bis das Katapult wieder komplett geladen ist. Wir werden angegriffen! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild! So, dann reißen wir mal die hier ein. Angriff! Sabats Armee hat unsere Stadtmauer durchbrochen und ist bereits in den Randbezirken von Juaha. Das Katapult wurde von Munitionskarren aufgefüllt. Unsere Truppen werden angegriffen! Es gibt kein Zurück! Hey! Wo kommt die denn her? Ich hab die Räuber doch ausgelöscht! klingelt! Klingelt! Verstanden! In den Kampf! In den Kampf! So, komm mal her, meine Soldaten. So, da will ich spawn schon wieder Sabbat-Truppen. Oh, dass die jetzt da unten lang kommen, ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Es gibt kein Zurück. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Angriff. So, nehmen wir Sabbatian-Sektor. Oh, bevor wir den wegnehmen, lieber... ...Quicksafe machen. Komm, Quicksave. Jawohl! Wir haben mein Fenitorium eingenommen! Nein, so war ich das nicht. Das war wohl der schnelle Sieg. Ja. Nein. Nein, nein. Nicht auf diese Art gewinnen. So, das Zusammenbauen wieder. Und dann lassen wir mal Sabbat's Außenposten schön in Ruhe. Die ziehen wir mal hierher zurück. Oh, puh. Oh, puh. So, so, so. Auf euren Befehl! Sofort! Verstanden! Alles klar! Hätte uns so viel früher auffallen müssen, dass hier jetzt dicke Luft ist. Und das Quimpsen-Sabbat... Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Na, mir schickt. Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Wir werden angegriffen. Stand los! Jawoll! Verstanden! Unsere Truppen werden angegriffen! auf euren befehl auf euren befehl alles klar die sind in der stadt aber das dürften erst dann dürfte jetzt nicht so das problem sein auf die mauern kommen sie ja glaube ich nicht so leicht um da ärger zu machen verstanden klarungsturm ja wohl willkommen in unserem kloster wir sind die hüter des heilmittels gegen die seuche wir verkaufen euch medizin wann immer ihr welche benötigt auf euren befehl so mehr als drei marken passen nicht auf den marktplatz wo sind meine katapulte da sind also da habe ich sie zusammengebaut